Moin! Also heute ist der erste richtige Urlaubstag. California! Und da haben wir uns auf den Weg gemacht in den Langenberger Forst. Einfach nur rauskommen, was schönes erleben. Wir waren mit Sandra unterwegs und zwar im Langenberger Forst. Da ist sie hingekommen mit ihren Eulen. Sandra ist Feignerin und die macht das ganz professionell, hat einfach unglaublich großes Wissen. Wir sind also voll, voll mit Wissen jetzt. Es war ein guter Ausflug. Und auch mit Edith mit der Maus, wie er das Ding auseinanderpflücken war. Und was für eine Sauerei das geben kann. Am besten fand ich ja den kleinen Eulen ein. Weil er erst mal leuchter war und vor allem sah er putziger aus. Ich fand es cool mit den Eulen. Die kleine war voll süß. Und war nicht so schwer wie die große. Aber die große war auch cool. Wir haben nicht nur über Eulen was erfahren, wir haben auch über andere Greiftügel was erfahren. Jeder durfte, jede Eule, er nimmt sich wirklich viel Zeit, durfte jede Eule auch mal halten, streicheln. Ich fand die Geschichten interessant, die die erzählt haben von den ganzen Greifvögeln. Ja, hat auch gut erklärt, voll cool alles. Ich habe ihn angegenommen. Ich habe ihn angegenommen. Ich habe ihn angegenommen, ganz weit davon. Ja, das war schon. Aber es hat sich gelohnt. Würde ich nochmal hinmachen, schauen.